Das Unternehmen Hutterer & Lechner in Himberg wurde 1950 gegründet und erzeugt und vertreibt sanitäre Abläufe. Innovation HL 531 Duschrinne Primus Line. Im Duschbereich geht der Trend zur bodengleichen Verfliesung. Dies hat den Vorteil der Barrierefreiheit und bietet dem Anwender zudem vielfältige optische und farbliche Gestaltungsmöglichkeiten. Diesem Trend trägt die Primus Line Rechnung. Bei ihr wird das anfallende Duschwasser durch ein Lineargefälle zur Wand geleitet und in eine im Boden versenkte Duschrinne abgeführt. Ziel war es für den Installateur ein möglichst einfaches Produkt zu entwickeln, um im Voraus Fehler bei der Verlegung zu vermeiden. Was ist nun der größte Vorteil dieser Innovation? Die Primus Line Rechnung.